Hallo, da sind wir wieder, Peeper und Gitte. Wir spielen Horizon Zero Dawn und hier gerade noch dieses Add-on, Frozen Wilds. Wir sind hier auf dem Weg und schon ganz nah da im Grunde genommen. Ja, das war der zweite Zuflugsort, denke ich mal, von Sion. Da haben sich Urea und Sion kennengelernt. Ja. Urea ist umgekommen bei der Befreiung von Sion. Ja, sie hat es gerade noch geschafft, aber hat es nicht mehr überlebt. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo müsste ich noch Aratak rumtreiben. Ja, die wollten wir uns hertreffen. Genau. Der seine Schwastelle verloren hat und sehr unglücklich ist. Die hingen wohl sehr aneinander, die Geschwister, ne? Ja. Also jedenfalls Aratak an Urea. Naja, ich glaube, die hingen beide aneinander. Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen, aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist vier Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn drei Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak, wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Eloy. Wir haben viel zu bereden. Hallo, Eloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebrake Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Urias werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Urias Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei er nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Eloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter, als wären wir Kollegen. Na, fragen wir mal doch. Was bist du eigentlich? Dann bist du eine künstliche Intelligenz, eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Seine Emotionen wirken nicht limitiert. Uria war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen und löste viele gaussische Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Uria, die mich erneuerte, mich reparierte. Sie rettete mich. Du warst sehr wichtig für Uria. Dennoch ist mir entgangen, dass ich Uria aus ihrem tiefen Mitgefühl für mich selbst aufopfern würde. Zwar fürchte ich die Nicht-Existenz, doch würde ich trotzdem gerne mit ihr tauschen. Sie weiß bestimmt, dass du das getan hättest, Sion. Aber sie war entschlossen. Hä? Wie geht es Aratak? Ihm plagt großes emotionales Leid. Ich glaube, es fällt ihm schwer, sich jemanden anzuvertrauen. Wundert mich nicht. Ich versuche, ihm zu helfen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir Geschichten über Uria austauschen. Das müsste zur Katharsis führen. Einem Prozess, den ich gerne erleben würde. Ja, könnte helfen. Das Firebreak-Projekt. Es sollte einen Vulkanausbruch verhindern? Ja. Das Projekt war erfolgreich und der Gefahr wurde entgegengewirkt. Das ist schon lange her sein. Die Bootstätte ist zerstört. Der größte Teil der Anlage ebenfalls. Ich bin seit Jahrhunderten aktiv, Eloy. Ich war einsam, aber trotzdem gewissenhaft. Ich habe das Projekt optimiert. Die Energienutzung reduziert und die Belastung auf Backup-Systeme aufgeteilt. Trotz der Zerstörung der kompromittierten Elemente der Hauptanlage, bleibt die Caldera mindestens weitere 3337 Jahre stabil. Also haben wir noch Zeit? Ja. Wenn nur meine früheren Kollegen meinen Fortschritt würdigen könnten. Na, 3300 Jahre Sicherheit, nur da haben wir ja Zeit, hm? Tja. Okay. Hast du Kollegen? Weißt du, was mit ihnen passiert ist, Zion? Nein. Direktor Chau besuchte mich unerwartet. Lange nachdem seine Amtszeit endete. Er sagte, dass man mich auf unbestimmte Zeit außer Betrieb setzen müsste. Es war ein äußerst emotionales Gespräch. Das war die letzte Kommunikation. Letzten Endes sind meine Kollegen wohl verstorben. Ich sende eine Aufzeichnung meiner letzten Interaktion mit Direktor Chau an den Fokus. Gut. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da. Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor fünf Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende. Fortgeschrittene als die Banuk. In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Urea sagt, du warst verzweifelt. Dass du um Hilfe batest. Ja. Ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich, ihm zu gehorchen, auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Urea so sehr zu schätzen gewusst. Ja, was ist Hephaestus? Was denkst du, was Hephaestus genau ist? Eine Software von großer Komplexität. Viel fortgeschrittener als ich es bin. Von Anfang an lag sein Fokus nur auf einer einzigen Sache. Dem Bau von Maschinen zum Jagen und Töten von Menschen. Meine Tracerouten besagen, dass er zum Erreichen des Ziels versucht hat, die Herstellungszentren, die er als Brutstätten bezeichnet, zu übernehmen. Aber seine Bemühungen waren nur zum Teil erfolgreich. Manche kann er infiltrieren. Andere haben Abwehrmaßnahmen, gegen die er nicht ankommt. In mir fand er jedoch ein leichteres Ziel. Er durchdrang nicht nur meine Abwehr. Ich kontrollierte auch alle Firebreak-Ressourcen. Rohmaterial, Prozesse um fortgeschrittenere Werkzeuge zu laden und unbegrenzte geothermale Energie. Genug für seine eigene Brutstätte. Ja, für den Bau von Jäger-Killern ohne externe Begrenzungen. Und doch gibt es interne Begrenzungen. Er will Menschen töten, aber ohne sie auszulöschen. Es ist schwer zu verstehen, wo seine Grenzen liegen und warum. Schwer kann es nicht einmal annähernd ausdrücken. Obwohl ich Jahre als sein Servitor zugebracht habe, bleibt sein Kernprogramm ein Geheimnis. Tja, was gibt es hier noch? Na, gucken. Yellowstone, kannst du mal durchfragen. Oh ja. In der alten Welt hieß dieses Land Yellowstone? Ja, es war 156 Jahre lang ein Naturschutzgebiet. Wie ein Jagdgebiet? Nein, das Gegenteil. Tiere, die anderswo vom Aussterben bedroht waren, konnten in diesem Gebiet überleben. Wegen der Anfälligkeit des Firebreak-Projekts musste der Yellowstone-Park leider komplett geschlossen werden. Laut meinen Messungen und Urias Ausführungen hat sich die Temperatur in diesem Gebiet seitdem drastisch verringert, das ganze Jahr über. Vieles hat sich verändert, Sion. Ja, es gab viele künstliche Intelligenzen wie dich in der alten Welt. Sie konnten euch bauen. Ja, in vielen Formen. Persönliche Assistenten, industrielle Kontrollstationen oder militärische Strategieplaner. Und es gab legislative und ausführende Organe, die unsere Eigenentwicklung überwachten. Damit meine Prozesse ausreichend flexibel zur Aufgabenbewältigung sind, überschritten meine Schöpfer die Einschränkungen. Meine intellektuelle und emotionale Kapazität wurden geheim gehalten. Hartwürdig, Leben zu erschaffen und es zu begrenzen. Menschliche Gesellschaften beruhen wie Maschinenprogrammierung auf festen Regeln, Eloy. Weißt du etwas über den Damm in der Nähe? Ja, es wurde zu einer Reservestromquelle für den Yellowstone-Betrieb umgebaut. Später wurde er dem Firebreak-Projekt bereitgestellt und die letzten menschlichen Arbeiter von Ferroservitoren ersetzt. Als ich irgendwann weniger zu tun hatte, untersuchte ich die Datenablagen des Dams. Und entdeckte die Arbeiten der Concrete Beach Party. Dadurch konnte ich mein Vokabular um viele schillernde Begriffe erweitern. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Sion, kennst du den Namen Ted Farrow? Meinst du Theodor Farrow? Geschäftsführer von Farrow Automated Solutions? Genau den. Herr Farrow war der Stifter des gesamten Firebreak-Projekts. Der Stifter? Aber er baute Maschinen. Roboter. Kriegsroboter. Korrekt. Seine Firma wendete sich später militärischen Anwendungen zu. Aber davor führte Herr Farrow Initiativen ein, die den weltweiten Verfall reversierten. Zeitweilig wurde er in den Medien als der Mann, der den Planeten gerettet hat, gefeiert. Das haben sie später bestimmt bereut. Tja. Ja. Drohnen? Ja, ein Drohnen-Hangar. Beschlagnahmt von Dodger Blevins. Sicherheitschef des Firebreak-Projekts. Er war Befürworter von militärischen Antworten auf Sicherheitsbedrohungen. Aber während seiner Zeit gab es keine ernsten Vorfälle. Blevins hat nach Feierabend Stunden damit verbracht, Live-Übertragungen von Drohnen anzuschauen. Er genoss eindeutig die Überwachungsbefugnis seiner Position. Tja, der ist ja wohl dann irgendwann mal abhanden gekommen. Ja. Und Elisabeth Sobeck. Kanntest du sie? Meinst du damit die... Wissenschaftlerin. Dr. Sobeck war auf ihrem Gebiet führend. Eine der größten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Mein Schöpfer wurde von ihrer Arbeit beeinflusst. Was ich auf meine Entwicklung auswirkte. Ich habe Dr. Sobeck nie getroffen. Mehr weißt du nicht? Entschuldige, falls mein Mangel an Daten dich enttäuscht. Wie war's? Wie sah die alte Welt aus? Wie war sie früher? Ich habe wenig von der Welt mitbekommen, Eloy. Nur Dinge von meinen Kollegen gehört oder in Medien-Streams gesehen. Dennoch weißt du so viel mehr als ich, Sion. Das stimmt. Ich wurde an einem Wendepunkt geschaffen. Ein Versuch, sich von globalen Unruhen und den Verlusten vieler Leben zu erholen. Der Versuch war erfolgreich. Und eine Ära mit angeblich unbegrenztem Potenzial für Mensch und Maschine wurde eingeläutet. Doch rational betrachtet ist die Metrik der Menschen nicht unbegrenzt. Ja, du warst bald zu Ende, ja? Genau. Welche Unruhen haben so viele Leben gekostet? Es gab viele Faktoren. Zwangsmigrationen, Nahrungsmangel, Wirtschaftszusammenbrüche, Flüchtlingskrisen, Konflikte wegen Ressourcen. Aber es gab einen Ursprung. Extremer Klimawandel, der die bewohnbare Fläche der Erde drastisch verringerte. Also gab es auf der Erde nicht mehr genügend Platz für alle Menschen? Ja, Milliarden wurden umgesiedelt und Millionen starben. Insgesamt 20 Prozent der globalen Bevölkerung. Bis zur Rückforderung. Rückforderung. Ja, aber das Ganze kommt uns doch sehr viel bekannt vor, oder? Naja, klar, also komm. Weil man bedenkt, 1960 gab es drei Milliarden Menschen und heute haben wir fast acht. Naja, wir müssen uns auf jeden Fall vermehren, das ist unsere Aufgabe. Tja, bis zum Untergang, ne? Na gut, Rückforderung, was ist das? Ja. Das wurde also besser. Zumindest vorübergehend. Ja, es gab daraufhin große Fortschritte bei der Automatisierung, der Umweltroboter-Technologie und der künstlichen Intelligenz. Firebreak war allein in Nordamerika eines von dutzenden Projekten zur Umweltwiederherstellung und Katastrophenhilfe. Ich hätte mich gerne mit anderen Überwachungs-KIs ausgetauscht. Aber ich sah die Erleichterung meiner Kollegen und war stolz. Wir waren erfolgreich. Zumindest sagten das die Daten, die ich für die nächsten zwei Dekaden zur Verfügung hatte. Meine Beurteilung war anscheinend verfrüht. Na gut. Tja, dann kann man nur noch Tschüss sagen. Ich sollte gehen. Eloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Uriah ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde? Ja. Naja, sei nachsichtig. Ja, weder zu nachsichtig, noch brutal die Wahrheit sagen. Ich würde sagen, sie soll ihr Urteilsvermögen nutzen. Denn wie wir sie kennengelernt haben, kann sie gut unterscheiden. Ich traue deinem Urteil, Zion. Du warst vorsichtig mit Uriah. Das musstest du. Du wusstest nicht, was mit der Welt passiert ist. Also, mach, was du für richtig hältst. Solange du irgendwann den Aberglauben vertreibst. Da die Banu glauben, ich sei eine übernatürliche Entität, weiß ich nicht, wie sie reagieren werden. Antworte einfach so gut du kannst auf ihre Fragen. Bleib bei der Wahrheit. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wär schön, Zion. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak. Schauen, wie es ihm geht. Na gut, dann machen wir das. Es war ein ganz interessantes Gespräch. Es war sehr amerikanisch, aber naja. Ja. Irgendwie ja. Schöne heile Welt. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern. Irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Aber naja. Es muss ja nicht immer alles schrecklich sein. Wo steht er denn rum? Wahrscheinlich draußen vor der Tür. Da steht er, ja. Na. Mein Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Tja, das ist ganz schön schlimm, sowas. Ja. Ach so. Nicht die Abkürzung nehmen. Aber die Gelegenheit können wir nutzen. Das können wir machen, ja. Da ist er. Da ist er. Mein Hauptling. Nur Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Urea vielleicht noch. Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Er hat nachgedacht. Egal wie. Ich hätte sie nicht beschützen können. Tja. Also auf jeden Fall hat er sie nicht enttäuscht, Urea. Er hat ja gesehen, was sie erreicht hat. Genau. Genau. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halbst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Urea hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Arathak. Und wo ich hingehe, kann der Verag mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeilen der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Firebrick, Sion, Hephaestus. Alles sehr interessant. Was denkst du, was Hephaestus ist, Silence? Ich weiß nicht. Aber sein Name entspringt einer Sprache, die schon für die Alten antik war. Genau wie auch Hades. Vielleicht eine Verbindung. Bisher noch unentdeckt? Was immer sie sind, sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig, gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen? Ich habe im Schnitt nicht nur etwas über Hephaestus gelernt, Silence. Auch Dinge über das Banuk-Konklave. Misch dich da bitte nicht ein. Hast du das auch den Jägern gesagt, die die Banuk schickten, ehe du geschossen hast? Oh nein, Aloy. Nur du erhältst von mir der Höflichkeit wegen einer Warnung. Was war und was ich weiß, bleiben mein. Das solltest du nicht vergessen. Zum Glück bist du nicht ganz dumm, Silence. Dein Charakter lässt nämlich zu wünschen übrig. Ich denke, wir sind hier fertig. Es war schon vorbei, bevor es anfing. Wir sehen uns unten am Weg. Unten am Weg? Wo ist er unten am Weg? Welcher Weg noch immer das sein mag? Na ja, jetzt hätte ich ihn schon finden. Ja, es zeigt hier lang. Ja, dieser Silence ist schon etwas seltsame Figur. Ich kenne das Spiel nicht und deswegen bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Wo geht es hier weiter runter? da drüben? Also ich habe jetzt keine Lust hier rum zu hopsen. Wo müssen wir denn hin? Wir sehen uns unten am Weg. Wo soll das denn sein? Wieder mal am anderen Ende der Welt? Toll. Warte mal, da ist was. Links. So was Gelbes. So ein Ding hier. Wo ist es? Da, links. Sag mal, wo führt das hin? Äh? Da. Zero Dawn Anlage. Äh? Ach so, ja, unterhalb von den Schattenkarchers. Hm. Oho. Na gut, gemein. Ja. Da haben wir das Lagerfeuer, wo die Flüchtlinge sind. Ja. Oh ja, das kann eine Weile dauern. Ja, kommen wir aus. Aber bleibt uns ja nichts anderes übrig. nein. Ich schätze mal, wir kommen da an und dann können wir aufhören. Ja. Wir könnten auch zu Fuß hingehen. Aber das würde vermutlich noch ein paar Folgen länger dauern. Meinst du? Na ja. Im Ernst? Ich fürchte, ja. Selbst mit dem Reittier. Hm. 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 Ich brauche gar keine Seile zum Festbinden von Maschinen. Nein. Na gut. Mach doch, was du willst. Ich denke mal, jeder findet seine eigene Spielsuche. Ja, ja. Das ist auch ganz gut gemacht, dass man wirklich viele Möglichkeiten hat. Auf jeden Fall kann man sich viel ersparen, wenn man seine Rüstung optimal hält. Mhm. Also angepasst geben, so wie du auch kämpfst, deinen Kampfstil. Ja, ja, klar. Das ist wichtig. Die Rüstung muss eben vielseitige Schäden aushalten. Mhm. Und Und du musst sie nicht reparieren? Oder wie? Nö. Oder musst du sie manchmal reparieren? Nö. Mhm. Das ist ganz praktisch. Das ist wirklich praktisch. Ja, ich muss nur... Im Warenleben hätte ich auch nichts dagegen, dass das so wäre. Ja, Eloi muss sich nur selbst reparieren. Naja. Und je weniger die Rüstung abhält, desto mehr muss sie reparieren. Tja. Ja, ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung. Diese Rüstung, die schon mal grundsätzlich alle Arten von Schaden abhält und dann noch... Genau, wir sind auf jeden Fall jetzt da. Ja. Gut. So müssen jetzt klettere hinab. Wo müssen wir hinabklettern? Dunkle Geheimnisse der Erde. Ach, die Sache. Ja, stimmt. Richtig. Wir sind ja jetzt wieder im Hauptding, im Hauptspiel. Ja, jetzt müssen wir erst mal hoch. Na, hör auf zurückkriegen. Hat er noch gar nicht fertig geladen, ne? Hat er noch nicht. Hä? Schattenkatersoldat sagte das. Hallo, wie geht's hier weiter? Wir müssen weiter hoch, jedenfalls. Außerhalb von seinem Fall würde ich noch... Hä? Wir können noch nicht mal die Sicherheit unseres Sonnenkönigs garantieren. Nö, kannst du nicht. Keine miesen Tricks. Ja. Hier hat es alles wieder drüber. Ja, ja. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Ach, wer fällt denn hier? Sie, nicht du. Ja, aber nicht gerade hier. Hier kannst du vielleicht klettern. Da ist so und sowas, aber kann man da klettern? Sieht nicht danach aus. Nee, ne? Von da ist es kein... Ja. So. Klettere hinab? Nee. Jetzt gucken wir mal. Ja. Hier ist ja nichts. Also ich sehe nicht, dass man hier einfach so runterspringen kann. 27 Schritt. Tja. Aber er sagte dir, du musst jetzt nach links und da musst du runter. Ja. Klettere hinab. Ja. Wo soll ich denn hier klettern? Hä? Ja, man kann hier nicht sehen. Mal hier rüber. Bist du jetzt an der Kante? Ja, du kannst hier vielleicht. Hm. Da musst du... Hm. Was? Ah! Au! Die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Schön. Ich glaube, ich sollte erst mal was für meine Gesundheit tun. Ja, wenn du hier überhaupt weiterkommst. Uiuiui. Also da hast du jetzt irgendwo... Da haben wir irgendwas übersehen. Wahrscheinlich... Oder wahrscheinlich wäre es sowieso passiert. Keine Ahnung. Was willst du? Nein, hier. Du musst doch hier weiter... Was willst du denn machen? Aha. Wir sind hier sowieso falsch gelandet irgendwie, oder? Tja, ich nehme an, dass das hier die Lüftung ist. Mhm. Wo ich hin soll. Ja. Aber ob du hier wieder rauskommst, ist fraglich. Tja. Hä? Guck mal hier, halt. Was? Na, geh doch mal da. Ach egal. Nach da geht... Aber wahrscheinlich habe ich das auch... Sehe ich das nur... Ja. Ist da gar nichts. Aber kann man da hochnehmen, da kann man nicht hochnehmen. Ja. Ich nehme an, ich muss da rein. Auch die eine oder andere Art und Weise. Keine Ahnung. Kannst du jetzt noch ein bisschen spielen? Wir haben sowieso... Kannst du dann in der Pause, kannst du das üben. Ja, ich kann mal in der Pause versuchen, da hochzukommen. Ich gehe davon aus, dass das die Lüftung ist, die er meint. Ja, das fühle mich auch an, aber du bist irgendwo an der falschen Stelle gelandet. Ja. Die Schädere hinabsteht hier, und da, wo du bist, kommst du nicht weiter. Irgendwie falsch geabst. Wir können ja zugucken, wie sie hüpft und irgendwie sich erschöpft und dann dahin, da niederliegt und das Leben aushaut. Ja, muss ja nicht sein. Okay. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik